Ah, ich mach noch eine Randale-Runde und dann mach ich Feierabend. Das passt noch. Okay. Die Eiskisten sind voll. Okay. Das wird eng beim Eis. Ich glaube, es wird doch eher keine, ähm, keine Randale-Runde mehr. Das passt da nicht mehr rein. Dann, äh, lege ich noch schon mal die Eistunnel. Ich hatte ja den Platz gemacht. Eistunnel einmal ein bisschen. Ja, so ein paar runtergehen kann ich. Ich wollte noch zweimal Schnee zwischenpacken und dann Eis. Ich bin so runter in die Hölle. Da brauche ich aber Ziegeln. Ein paar habe ich. Dann nochmal Ziegel machen und dann werde ich das tun. Und dann wird die Lutsch. Was habe ich hier sonst noch so? Das kann weg, das. Der Rest kann erstmal bleiben. Hüp. Äh, ich hatte schon einen Jedi-Banner. Der ist in der Kiste verschwunden. Moment. Alge, weiß ich ganz bestimmt, dass das bei ihr ist. Die Munition beim Schäffel da. Und der Krabbel hier unten so. Dann lege ich hier meine Eistunnel an. Hey, ja, 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 es wird schlichtes Wetter. Davon brauche ich schon noch ein bisschen mehr. Das kommt weg. Was brauche ich dann noch? Denn es war es eigentlich. Äh, die drei Samba halte ich dann weiter wandalieren wollen. Das wird, glaube ich, reichen, wenn ich da raus... Ja, das wird reichen. Daraus Ziegel mache. Und aus all dem Eis hier. Miep. Ich will besseres Wetter. Ich habe Angst. Falsche Werkstationen. Das war hier, oder? Ja. Nein, da hinten zu. Das sollte so schön reichen. Okay. Ja, wobei... Ja, wobei... Ich glaube, ich kann nicht mal gucken. Abstecken und dann abschätzen. Okay. Ich glaube, ich war die Uhr. Ja, ich mache, doch, ich mache Vorsitz aber auch schon mal. Ich nehme immer Schnee auch schon mit. Damit ich abschätzen kann, ungefähr. Ich glaube nicht, dass ich das für zwei brauche. Also, das ist so viel. Ach, das glaube ich nicht. Also zweimal mit Schnee füllen und den Rest mit Eis füllen. Das müsste doch hinhauen. Hallo, Sternschnuppe. Gucken wir mal. Halt. I see you. Uh, das wird jetzt immer hier so creepy, wenn ich hier vorbeifliege. Das ist voll cool. Ach, die zweite Palme will einfach nicht. Weißt du was? Dann kann sie mich mal. Aber ich habe eine Palme dahin bekommen. So. Zumindest. Reisender Händler. Den ich mal wieder verpasse, weil ich nicht zu Hause bin. Bla, la, la. Sind wir dann krumm, wenn ich nicht da bin? So. Gehen wir mal ran hier. Oder mache ich es besser von der Seite? Nein, ich mache es besser von hier. Und fülle dann Schnee von der anderen Seite rein. Das ist dann so ein Stück, genau. Das müsste fünf hoch sein. Das. Ja. Das ist so ein Stück. I should die. Ich komme auf die Ecken. Ich wusste, nein. Hahaha. Nope. 200 reichen nicht. 300 könnte hinkommen. Das heißt dann aber, für einen Tunnel brauche ich dann das sind dann immer 5 hoch, ne? Das könnte aber 1. Trotzdem für 2. Ich kriege ja auch noch Schnee nach. Nicht mehr viel Schnee, aber... Jetzt sollte es eventuell passen. Ja, ich will da rein. Passe ich nicht durch. Ach komm. Zu fett für 3 Felder. Hier habe ich halbwegs meine Ruhe. Ich bin gleich wieder da angekommen. Ich kriege das immer noch. Ich bin mal dran. Ich bin mal dran. Ja, ich bin mal dran. Ich bin mal dran. Ich bin mal dran. Da müsste jetzt aber locker das Lenten reichen. Oh, vergessen. Kamera geht ja am Ende nicht mehr mit. Hat es so viel Schwung? Soweit? Gehübscht. So. Dann soll das ja einfach nur Untergrundschnee werden. Ja. Es steht aber doch Surface an der Seite. Also, so wirklich untergrundig wird das nicht. Dafür ist es noch ein bisschen zu weit um. Aber hey. Huch, was war das? Ein Gnom? Hat er sich nicht gerade etwas verirrt? Gut. War das nicht ein Hallo-Charakter? Na ja, gut. So. Mal sehen, wie weit ich mit einem vollen 999er jetzt hier komme. So. Wenn es ansonsten an Schnee nicht reicht von der Karte muss ich es dann doch woanders holen. Ich hoffe aber, dass es reicht. Ich krieg halt so viel gar nicht mehr abgebaut. So. 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 Und dann Ogenisch. Progang. Hallo-Gnom. Na komm. Platziech dich. Da, wo ich dich hin haben will, wenns geht. Komm schon. Ich mach nur den einen Stapel hier, den zweiten werde ich nicht platzieren. Aber dass ich halt grob hier eine Abschätzung habe, jetzt habe ich halt auch sehr viel Eis, habe ich nie mitgenommen, hauptsächlich die Ziele, ne. Ich musste halt wirklich langsam eislos werden. Jetzt platz hier. Das nehme ich bitte. So. 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 k könnte man nur im echten Leben sein, gell, für die überleben. Findet sie einfach irgendwo auf der Stadt da, ne? Oh nein! Oh! Gut, dass sie keine Gelegenheit hatte zu reagieren und ich sie so gut treffen konnte. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich kann sogar drei machen. Ja, ich mach drei raus. Ich hab ja noch ein bisschen aufgelagert. Ui! Halt! Nicht so weit. Ähm, das ist so einer. So. Das war es hier. Das ist dann so einer. Das ist dann wieder einer, wo Schnee reinkommt. Und dann... Das ist der erste, der Schnee reinkommt. Das ist der zweite, der Schnee reinkommt. Gut. Dann geh ich noch auf einen. Dritten, der Schnee reinkommt. Ähm... So. Und ab hier ist dann Eis. Und ab hier ist dann Eis. So. Plattformen kommen dann natürlich auch noch hin. Ist klar. Na? Komm schon. So. Das sollte passen. Das ist immer fünf hoch. Schnee habe ich genug. Hat jetzt doch gar nicht so viel da oben gebraucht, wie ich dachte. Das ist halt immer noch Surface. Ja, ab hier wird es dann untergründig. Okay. Nein, den da. Korrigieren. Nicht den anderen. Reicht du für alle Tunnel, die ich da vorhabe? Eventuell. Eventuell. Werden wir gleich sehen. Ne. Auf der sieben. Ei, ei, ei. Was macht ich denn da grad? Ja. 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 Bodyguard. Ja, bodyguard. Mach deinen Job. Ne. Also auch, dass mich hier keiner frisst. Ja. Ja. Ich brauche wahrscheinlich doch mal einen vollen Stack. Das kostet halt dann auch zweimal Schnee. Ah, nicht ganz vollen Stack. Ich komme noch an, bevor der leer ist. Wobei... Ah, ein Teil habe ich ja da oben schon verwendet. Also... Sollte das passen. Wie viel brauche ich dann? Ja, auch nur noch einmal oben und unten. Ja, ich glaube es reicht, wenn ich den hier, der jetzt gleich angefangen übrig bleibt, nur wieder auf Goll mache. Sollte reichen. Na, da noch zumachen. So. Schnee platziere ich da jetzt nicht rein. Das mache ich später noch. Ja, das nehmen wir weg. Mach sie weg. Dankeschön. Ja, sehr schön. Dann habe ich hier halt noch Eis. Aber Eisziegel sind nicht rutschig, ne? Und dann wird sich das runterziehen bis da in die Hölle. Na, sehen. Ob ich dafür genug Material habe. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Da muss ich wohl als nächstes erstmal so Platzieren weitermachen. Dann bereite ich mal mein Inventar noch vor und mache Feierabend. Ja, lege ich halt Stein und Co. doch nochmal ab. Ja, dann werde ich mich darauf konzentrieren. Erstmal nur Ziegeln. Ne, wenn, dann sollte ich die Flüge oder 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 die Flüge entnehmen. Ja, ich sollte auch dann gleich reinhauen und Eis abpacken da. Der Helder von wird es gleich noch das. Ja, einer noch. Die Ziegel sollten passen. Also Eisziegel erst mal. Ich nehme einfach so noch Eis mit. Zum Lücke füllen. So. Ich stelle die Ziegel da noch her. Davon habe ich genug Ziegel. Ja, das sollte passen. Das werde ich aber dann nicht aufnehmen. Das passt dann so. Das ist dann einfach nur abends noch ein bisschen. Hauptsache irgendwas geht voran. So. Passt. Fackeln kann ich noch gebrauchen. Äh, wandle ich die Sterne um? Nee, ich packe sie in die Küste. Die packen wir in die Küste und dann ist Feierabend. Du nimmst mir den Zombie-Banner ab und das und die. Äh, nee, davon habe ich auch schon so viele. Geh fort. Habe ich die hier drin? Nee. Ich weiß, dass ich davon welche habe. Ja, ich habe schon vier Stück. Also komm, es reicht. Den reicht. Da fällt noch ein Stern vom Himmel. Ich höre ihn. Für den werde ich jetzt nicht einsammeln. Der hat langt jetzt für heute Inventar vorbereitet. Wenn ich das sehe, dann fällt es mir nämlich auch wieder ein, was ich vorhatte. Ich muss jetzt erstmal eine Menge Zeug platzieren, damit ich wieder Platz in den Kisten habe. Na gut, das passt aber auch. Uh, ganz gut. Abends nach der Arbeit da einfach noch ein bisschen Klötze zu platzieren. Vielen Dank.